In den kommenden Minuten möchte ich euch die sogenannten agilen Werte vorstellen, die die Grundlage des agilen Mindsets sind und zugleich grundlegend für einen gelingenden agilen Prozess sind. Anhand der agilen Werte werde ich einzelne Bausteine des agilen Rahmenwerks Scrum kurz vorstellen. Sammeln wir uns die agilen Werte zusammen. Selbstverpflichtung, Rückmeldung, Fokus, Kommunikation, Mut, Respekt, Einfachheit und Transparenz. Die Selbstverpflichtung ist der erste agile Wert, den ich erläutern möchte. Alle an einem agilen Prozess Beteiligten verpflichten sich mit Hingabe ihre Kompetenzen, Ideen und Engagement in die Arbeit einzubringen. Für uns Lehrkräfte bedeutet dies, dass wir den Lernenden das Vertrauen entgegenbringen, dass sie sich mit aller Kraft für das Erreichen der definierten Ziele einsetzen. Zugleich müssen die Lernenden an Commitment, die Selbstverpflichtung, herangeführt werden. Das Schulsystem hat ihnen nicht immer die selbstständige und eigenverantwortliche Arbeit ermöglicht und beigebracht. Innerhalb der Sprints in Scrum, der Arbeitsphasen, bedeutet Selbstverpflichtung, dass alle Ergebnisverantwortlichen, die sogenannten Developer, also die SchülerInnen im Scrum-Team, alles ihnen Mögliche tun, um das Team beim Erreichen des Ziels zu unterstützen. Eine Rückmeldung, ein Feedback zu geben und zu erhalten, ist einer der wichtigsten agilen Werte. Das Feedback ermöglicht eine stete Verbesserung des Lernproduktes und von mir selbst. Konstruktive Rückmeldung ermöglicht mir zu wachsen und mich zu verbessern. Den Lernenden gibt es individuelle Unterstützung und Orientierung. In Scrum beginnt jede Arbeitsphase, jeder Sprint mit dem sogenannten Daily, in dem die drei W-Fragen von jedem Teammitglied beantwortet werden. Was habe ich getan, um das Team beim Erreichen des Ziels zu unterstützen? Was werde ich heute tun, um das Team beim Erreichen des Ziels zu unterstützen? Und was hindert mich gegebenenfalls daran? Ein Sprint schließt immer mit der Review ab. In diesem Meeting wird kurz besprochen, wie weit das Team mit dem Produkt ist und ob es aktuelle Probleme gibt. Die Rückmeldung zur Zusammenarbeit, zum Teamwork und zur eigenen Arbeit erfolgt am Ende der Scrum in der Retrospektive. Der agile Wert Fokus bedeutet sich auf seine gemeinsame Aufgabe zu konzentrieren und störende Einflüsse zu minimieren, um in der zur Verfügung stehenden Zeit das bestmögliche Lernprodukt zu erstellen bzw. das Ziel zu erreichen. Mit Fokus wird Multitasking vermieden und keine Zeit verschwendet. In Scrum fokussiert man sich auch mit der Definition of Done. Die Teams legen Akzeptanzkriterien fest, die Kriterien an das Lernprodukt anlegen, zum Beispiel, das Produkt ist auf Rechtschreibfehler überprüft. Offene und wertschätzende Kommunikation ist ein Grundpfeiler gelingender Zusammenarbeit und Kooperation. In Scrum wird die Kommunikation durch regelmäßige, klar strukturierte Meetings und Rollen gewährleistet. In Scrum findet die Kommunikation individualisiert in den Sprints, den Arbeitsphasen statt, ansonsten ritualisiert in den Meetings, im Daily und in der Review. Ganz am Ende der Scrum in der Retrospektive. Der agile Wert Mut steht für die Herausforderung, die eigene Komfortzone zu verlassen. Nach der Komfortzone kommt die Wachstumszone. Es braucht Mut, bekannte Lösungs- und Lernwege zu verlassen. Vor allem aber braucht es Mut, immer wieder zu scheitern. Zu scheitern ist im agilen Mindset eine Lernchance und kein Fehler. Der Wert Mut steht also auch für eine neue Lernkultur, in der Kompetenzen und Entwicklung im Fokus stehen und nicht fehlen. Respekt bezieht sich auf das tägliche Miteinander und zusammenarbeiten. Respektvoller Umgang bedeutet unter anderem, sich ausreden zu lassen, Unterschiede zu tolerieren und sich selbst kurz zu fassen. Das Prinzip der Einfachheit kann sehr gut mit dem KISS-Prinzip erklärt werden. Keep it simple and stupid. In Scrum ist es die Aufgabe im Sprint Planning, die erforderlichen Arbeitsschritte zum Erreichen der Ziele und des großen Ziels so einfach und klar wie möglich zu definieren. Dieser Arbeitsschritt bringt für das Team viel Klarheit in die anstehenden Aufgaben und das Zielverständnis. Jedes Ziel, jeder Arbeitsschritt, jeder Inhalt soll so einfach wie möglich, so genau wie nötig beschrieben sein. Der agile Wert Transparenz zielt auf einen überschaubaren und für alle sichtbaren Workflow ab. Das bedeutet, dass alle am Prozess Beteiligten zu jeder Zeit über die Fortschritte und Verantwortlichkeiten der anderen Teammitglieder informiert sind. Transparenz schafft Vertrauen. In Scrum gewährleisten wir die Transparenz durch den Einsatz der Scrum-Boards, einem Kanban-Board, welches du offline oder online organisieren kannst. Auf dem Board können alle Teammitglieder zu jeder Zeit sehen, wer an was arbeitet und wie der aktuelle Entwicklungsstand aussieht. Du siehst neben mir auch ein solches Kanban-Board. Diese agilen Werte und Prinzipien helfen dir, Bildung agil zu gestalten. Mit dem Einsatz des agilen Rahmenwerks Scrum ermöglichst du es, den Lernenden mannigfaltige Erfahrungen zu machen. Sie können durch die klaren Regeln und den sich dadurch ergebenden kreativen Freiraum individualisiert lernen, sich weiterbilden und zugleich wertvolle Kompetenzen für ihre Zukunft erwerben und festigen.